Herzlich Willkommen zurück, ihr Zagenfreunde. In der heutigen Ausgabe der Lark High Vibe Series möchte ich euch die komplette Serie der Lark High Vibe Tramontaine vorstellen. Die Tramontaine High Vibe 10 zeichnet sich durch eine schöne rote Zederdecke, Kaya-Zagen und Boden als auch ein Brownwood-Griffbrett aus. Klanglich überzeugt das 10er-Modell durch seine ausbalancierten Tiefen und einen warmen Ton. Das 20er-Modell der High Vibe-Serie wird durch eine Engelmann-Fichtendecke geziert, Boden und Zargen aus schönem Ovangol-Holz, klanglich überzeugt die Gitarre mit sehr durchsetzungsfähigen Mitten. Die Lark Tramontaine 30 ist das absolute Spitzenmodell der High Vibe Series. Ein absolut individuelles Alleinstellungsmerkmal ist die Bergklau-Maserung auf der Fichtendecke. Das integrierte High Vibe-System ist in jedem Serienmodell identisch. Alle Informationen rund um die High Vibe-Serie und kommende Neuheiten erfahrt ihr natürlich zuerst bei uns auf unseren Social Media Kanälen.